Hoi eins lieben, wunderbaren guten Morgen oder guten Abend oder gerade wenn du das Video jetzt siehst. Ich bin Manfred Gentiola und ich bin jetzt mit dem Ski ein Stück gegangen, ich bin auf dem Berg. Auf dem Berg bekomme ich ganz viel Kraft und ganz viel Klarheit und ganz viel Freiheit meinen Weg weiterzugehen. Und ja, ich trete heute mit einer wichtigen Botschaft wieder an sie zu. Und zwar einmal aussahmsweise, wenn ich mich nicht an die Standhaften weiter standhaft zu bleiben und weiter in ihrer Kraft zu bleiben, das natürlich auch. Sondern ich spreche heute einmal ganz bewusst den Menschen nun, die Opfer worden sind von den Verbrechen an der Menschlichkeit, die sich teilweise gutgläubig und im Vertrauen die experimentellen Wirkstoffe auf Genbasis Spritzen gelassen haben. Und es geht heim darum, ich will in Bogen die Brücken schliessen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Und vor allem will ich eben die Geimpften teilweise unter ganz, ganz massiven Impfschäden und Folgenleiden aufrufen, mutig zu sein, aussen zu gehen, sich zu getrauen, Hilfe zu suchen. Und da mache ich ganz bewusst auf einem wunderbaren Telegram-Kanal Impfschäden Südtirol aufmerksam, der von ein paar wunderbaren Menschen betreut wird, die das natürlich ehrenamtlich tun und mit ganz viel Menschlichkeit und Mitgefühl alleine durchs Dosein schon in ganz vielen Erleichterungen, einen katharischen Effekt, eine Heilung bringen. Und ja, damit gehen viele, kann man aus dem Opfer sein, aussen gehen, bewusst ihnen in die Lösung, in die Eigenverantwortung. Und liebe Menschen, getraut denken, auch Ungehörige, getraut denken, meldet denken bei den Impfschäden Südtirol. Und es kann daraus etwas Wunderbares entstehen, es können daraus Selbsthilfegruppen entstehen oder auch weiter anonym, gerade jeder, wie er mag. Und es sind wunderbare Menschen, die unentgeltlich, also die das freiwillig tun und ganz gern da helfen und Gutes tun. Und ja, was passiert damit? Damit kommt die Wahrheit allerweil mehr ans Licht. Die Schäden werden auch gedeckt. Und ja, es ist das auch am Puzzletal. Es sind ganz, ganz viele wunderbare Menschen, die in dieser Richtung aktiv sind, tagtäglich Wunderbares leisten. Ich denke jetzt einmal ganz konkret an den Josef Unterholzner, der gestern Nacht den wunderbaren Abend in Bozen organisiert hat, im Sheraton, eben mit dem Professor Arne Burghardt. Ich denke an ganz viele Wissenschaftler, an Ärzte. Mein Favorit, liebe Heike, du bist wunderbar, mach weiter so. Josef, danke, weiter so, weiter, weiter, weiter. Und eben auch die tollen Rechtsanwälte, die jeden Tag mit ihrer ganzen Überzeugung und mit ihrer ganzen Kraft für die Wahrheit arbeiten. Lieber Renate, lieber Marc, wunderbar, allein weiter so. Und ja, wir alle gemeinsam können wir da neue Wege gehen und wir können Gutes tun. Wir können so Schritt für Schritt dazu beitragen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir können den neuen Wege gehen und ganz einfach gemeinsam vorwärts in das glückliche, neue Zeitalter gehen, voller Wahrheit und Freiheit und Lebensfreude. In dem Sinn, in aller ganz, ganz einen schönen Tag, alles, alles Liebe und bis bald. Viertang! Amen! Both Russlands